Und damit ein herzliches Willkommen zu Let's Play Call of Duty Ghosts. Man kann mich mit der Webcam sehen, der Elite-Giller ist dabei und... Ne? Und wir versuchen es mittlerweile zum x-ten Mal mit diesem Programm. Mirilis Pro, äh, Action heißt das. Mirilis Pro, ne? Den Scheiß, den du gekauft hast. Muss keiner wissen. Wie gesagt, ich habe dieses Action, Mirilis Action heißt das ja, gekauft. Hat glaube ich 24,95 Euro gekostet. Und jetzt versuche ich die ganze Zeit damit aufzunehmen. Ich meine, es nimmt auch wunderbar auf und die Quali ist auch super. Und dann habe ich nur nach zwei Minuten oder nach Hälfte des Videos, kommt, äh, fängt es an zu lacken an. Und danach habe ich keinen Ton mehr in dem Video. Jetzt habe ich das, äh, die ganze Zeit auf MP4-Datei gespeichert. Weil ich dachte, okay, dann kannst du die Datei direkt hochladen. Brauchst du nicht mehr rendern. Jetzt habe ich das auf, auf, äh, AVI-Datei wieder gespeichert. Auf Full HD nehme ich jetzt auf. Und mal gucken, vielleicht klappt es ja jetzt. Und, äh, eine Bitte an dich. Starte mal bitte. Wir haben 20 nach 9 und ich möchte langsam mal, äh, ich muss nämlich heute Abend nochmal arbeiten. Ich soll starten? Ja bitte. Achja. Äh, sag mal noch mal kurz eine kleine Frage an dich. Ja bitte. Ist es für dich okay, wenn ich, äh, dir ein bisschen dazwischen rede? Inwiefern meinst du dazwischenreden? Werum? Uff, das ist mir so egal. Du hast mehr Abonnenten als ich, da kann ich ein bisschen Wärmung für mich machen. Beziehungsweise für meinen ARMA3-Klan. Ich halte mal so lange meine Klappe. Ja, YouTube. Äh, tut mir leid, dass ich jetzt euren Grinselbacki wegnehme, aber, äh, unten im Video, wie ihr vielleicht seht, ist eine TSIP angegeben und mein, äh, YouTube-Channel. Ja, die TSIP geht auf meinen Teamsweg, den ich mir jetzt erst, äh, vor einem Tag gemacht habe. Oh, ich stehe direkt den Gegnern, äh, sauber. Und, ich hoffe, das bist du. Und, äh, wenn ihr Lust haben solltet, mal ARMA3-Taktischer-Klan mit mir zu zocken, oder allgemein ARMA3-Taktischer-Klan, wenn ihr da mitmachen wollt, äh, dann joint ihr einfach drauf, ähm, und meldet euch bei dem Admin, das bin dann ich. Und, äh, ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich ein paar, äh, du bist sauber, hast mich getötet, ne? Und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn, äh, ein paar von euch da drauf joinen, mit mir zusammen zocken. Und es ist natürlich auch kein normaler ARMA3-Klan, nein, es ist, wie gesagt, ein taktischer-Klan. Und zudem gibt es noch ein sehr schönes Rang-System, welches man mit Aufträgen, wenn man sie erfolgreich... Ach, ich dachte gerade du hättest mich gemessert. Dann wäre ich aber durch die Decke gegangen. Dass man natürlich, äh, wenn man Mission erfolgreich beendet, oder sonst irgendwas, kann man natürlich einen Rang gewinnen, etc. pp. Und, es ist kein reiner ARMA3-Klan, sondern, äh, wenn du es auch nicht jetzt messerst, ne, dann dreht durch. Sondern, es ist auch ein kleiner Multigaming-Klan, also Payday 2, Company of Heroes, etc. pp. Battlefield Day Z sind alle, äh, nicht vertreten. Und deswegen, wenn ihr selbst nur die Games haben solltet, äh, würde ich mich trotzdem auf euren Besuch freuen. Hätte ich schon Bock drauf. Ja, wie gesagt, schaut vorbei. Äh, ich bemühe mich, es so gut wie möglich zu gestalten. Und, ja, danke wenn ihr joint. Gut, darf ich? Ja, klar. Wuhu, ich darf auch wieder was sagen. Was sagst du, einen Flammenwerfer? Einen Kranachwerfer. Einen guten alten, den du auch kennst. Ah Gott. Ja. Wer ist so kacke? Ach, ich dachte, da wärste schon. Nee, ich häng ein wenig hinterher. Ja. Nö, danach kommt der Lieblingssniper, die, äh, keine Ahnung wie er ist. V. V. Jetzt bin ich gerade erst bei dem Granatwerfer. Alter, lass mich in Ruhe! Äh, ja, wie gesagt, ich... Was sagst du? Ich hoffe mal, dass die Aufnahme auch glückt. Das ist sauer, hast du mit deinem Granatwerfer platt gemacht. Ähm... Nichts ist so nötig, Trijota, der Peller hat mich gemessert. Was war das denn jetzt? Ach so, der hatte den Granatwerfer, okay. Mich hat gerade auch jemand, äh, mit was explosiven Knochen gemacht. Das warst du. Nee. Da wurde die schon wieder platt gemacht. Verdient. So, die Aufnahme geht jetzt knapp 6 Minuten. Ich werd mir danach... Hat sie funktioniert oder nicht, wissen wir mal nicht? Ja, ich werd mir nach dem Spiel mal die Aufnahme angucken. Ich schätze, das, äh, Match wird jetzt gleich erst mal vorbei sein. Und, äh, wenn sie geglückt ist, dann werden wir bestimmt noch mal das ein oder andere Match... Oh, du bist gleich fertig. Jo. Ich war noch ein Kill. Ja, da ist es. Nee, da noch nicht. Denkst du, ich schaff das noch? Schau mal, ne? Jo. Hallo. Moin. Wer ist'n der jetzt? Ich. Dr. Merge. Wer ist' ich? Ey. Boah, in den Arsch gebrochen! Wie ist'n die Geil denn? Killer. Äh, wir sind gerade in der Spare, aber okay. Ja, was gibt's denn? Ja gut, nee, dann kann ich auch warten. Nee, du kannst auch ruhig reden, ne? Kein Problem. Ich hab mir den Typen gestern nochmal angeguckt, der, ähm, der hat gesagt, wie er Hardcore-Gailer wird, hat einfach nur Diamanten-Store und dann einfach nur Stealth mit zwei ECM-Störern. Ach, wie krass. Ja, wie... Ich hab mir auch was ordentliches gemacht, aber lass ihn erstmal beenden. Ja, genau. Ich werd' jetzt erstmal die Aufnahme beenden und... Ach so, ist er weg? Okay, gut. Äh, ja, wie gesagt, ich werd' die Aufnahme jetzt erstmal beenden und gucken, ob die Aufnahme was geworden ist. Drückt die Daumen und dann sehen wir uns bestimmt gleich wieder. Haltet's zu lange, genau. Haltet's zu lange, Jörn. Genau, haltet's zu lange, Jörn. Bis dann, tschüss. Ja, meine lieben Freunde, und dann melde ich mich nochmal alleine zurück. Ähm, der Elite-Killer, der spielt jetzt, glaub' ich, ne Runde 1x3. Und darauf hab' ich jetzt im Moment keine großartige Lust. Und das, äh, Video hat funktioniert, sind aber leider nur 7 Minuten. Deswegen hab' ich mir gedacht, wir spielen nochmal ne 20-Minuten-Runde, äh, Team Deathmatch. Und... Und... Ja. Gut. Ich würd' mal sagen, wir starten. Damit sich das wenigstens auch lohnt, ein Video hochzuladen. Weil ich möchte kein 7,5-Minuten-Video hochladen. Das ist, äh... Ne... Isi Kacke. Ich mach' Autozuweisung, und ich nehm' die... ...Honey Badger. Ok, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ok, let's go. Ach, ich hab' natürlich mal wieder vergessen... ...den Sprint einzustellen. koko seid ihr herzlichen glückwunsch wie sie da war einer ich weiß dass wir die führung verloren haben was heißt ich weiß es nicht ich habe es mir aber gedacht 5 zu 7 und ich habe noch nicht einen einzigen kill what the fuck ja das kennt er ja mittlerweile da 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 hier ich glaube nur alle ich glaube nur sinnlos durch die gegend rum schon zwei niederlagen was für ein camper krass ok zeit mal die hosen bei einem bisschen hoch zu krempeln und mal hier anfang rum zu zocken das war knapp ok was habe ich jetzt 23 läuft mal gucken wie ich das video gleich bearbeiten werde und hochladen werde leider ist die webcam was heißt die webcam läuft zwar aber irgendwie wird im video nicht angezeigt was schade ist 45 ok alter der erste hat 40 0 ok das ist krass ok da muss mich so erschrecken nicht mit mir mein freund ok 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 Ja, wenn das Spiel dann fertig ist, dann habe ich ein Video von 27 Minuten, das sollte reichen. Ich bin mal gespannt, wie lange das dann zum Hochladen braucht. So, jetzt bin ich im Spiel drin, jetzt können die Gegner kommen. Ja und sie kamen, Mist. Okay, wow, der war fies, heilt schon wieder da. Die campen hier ohne Ende, scheiße, ich habe den ersten Platz verloren. Nein, ich wollte gerade noch in Deckung gehen. Na ja, nicht schlimm, nicht schlimm, 12, 10 plus 2, das geht noch. Shit, 12, 11. Du Drecksack! 12, 12. Gefällt mir jetzt gerade gar nicht. Nun gut. Ich habe auch wieder den ersten Platz verloren. Na klasse! Ahhhh! Hund! Dabei hat er mich gar nicht richtig getroffen. Schon wieder! Na warte, bis ich meinen IMS kriege. Scheiße! Ahhhh! Scheiß Blendegranate! So, ich bin... So, ich bin... Ich wollte gerade sagen, ich bin wieder erster. Wunder, wunderbar. Immer von hinten, ey! So. da war noch einer zeigt wo bist du wo ist der du Drecksacke im Moment ist es ruhig gefällt mir nicht nein scheibenkleister natürlich von hinten gemessert sehr nice gefällt mir immer sehr gut wenn ich gemessert werde im Nahkampf okay das sollten wir doch vielleicht hinkriegen oder ich hoffe mal dass ich es hinkriege wo haben sie sich denn versteckt da suche ich bestimmt keinen Nahkampf kill 24 18 klasse so noch zwei kills bis mein IMS wieder bereit ist ich brauche immer noch einen Nahkampf kill da ist einer da ist einer ob wir den da kriegen nein wo warst du von wo hast du mich gekillt von oben durch die Mauer okay ich habe den ersten Platz wieder verloren nein gefällt mir nicht ey schon wieder dieser Hill die die so Ich scheiße auf die Feldbuffet, glaubt euch, ich kriege Kills. Ja, wenn euch das gefällt und wenn das Video gut ankommt... Wuaah, scheiße. Werden wir vielleicht öfter mal ein Video von Call of Duty Ghosts machen. Huch. Huch. Ey, schon wieder der Köter vom Hill. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Geh mal weg da. Ah, da sind Feldbefehle. Ich weiß, was ich gerade eben sagte. Egal. 30, 22 plus 8 im Sprung. Oh Gott. Hat der ein Schwein. Shit. Wo zum Geier sind die alle? Nicht gut. Gefällt mir nicht. Gefällt mir ganz und gar nicht. Boah. Multikill. Shit. Ja. Natürlich. Der war unfair. Scheiße, ich bin nur noch Platz 3. Diese Camper immer. Diese Camper immer. Scheiße. Boah. Der Drecksack. Okay, ich möchte wenigstens auf Platz 2 kommen. Schon wieder gemessert. Und wie gesagt, wir spielen hier, oder ich spiele hier nur gegen Bots, also gegen KIs. Oh, mal ein anderer, der mich gekillt hat. Was muss ich denn schon wieder am Sprung? Das habe ich noch nie hingekriegt. Ja, lauf von mir davon. So, noch 2 Minuten. Hab ich den nicht gesehen. Shit. Äh, lauf, lauf, lauf. Gut. Hm. Soviel zu dem Thema. Schon wieder hell. Ne, 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 ne. Nehmen wir diese Hunde hier. Oh, wenn der Holger das Video sieht, der hasst mich ja, wenn ich den, weil ich den Hund getötet habe. Oh, ich bin Zweiter. Und dann zieht es erreicht. Ja, ich glaube nicht, dass ich ein neuerster werde. Guckt euch das an, wie der Name campen müsste. Gibt's doch nicht, ja. Na ja, das schaffen wir nicht mehr. Die Zeit wird knapp. Ja. Nein, da musst du denn nachladen. Aber schon wieder so ein Camper. Und ich bin wieder Platz 3. Scheibenkleister. Das gefällt mir nicht. 3, 42 Einreiter, plus 11, immerhin. Hoffentlich bin ich nicht der letzte Kill. Äh, nein. Wenn ich nicht. Zwei Assists habe ich gemacht. Na, immerhin. So, hier habt ihr nochmal die komplette Tabelle. Ich werde jetzt aber die, äh, Aufnahme definitiv, äh, abbrechen, weil wir haben es mittlerweile, äh, 9.53 Uhr und ich muss heute Abend nochmal arbeiten. In dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Freitag, haltet die Ohren steif. Bis dann, tschüss.